Traditionelles Zweiermannschaftsternier in Bad Winzheim, Herrn C.G. Cäsar, Samstag, 31. März 2017, Aufschlag, Anselm Kieslinger, Zinkreden, Unterastbach, gegen den Bredlersspieler, wie wir sagen. Also ganz genau weiß ich nicht, was er drauf hat, aber ich glaube ohne Unterlage, also ohne Schwamm, kurze Noppen, Außen, irgend sowas, man hört es am Sound. So halt wie früher Barner hat, so zumindest kommt der Ball geflogen. Kann normalerweise auf Flatterbälle ohne Hände durchprügeln und du kriegst deinen Ball fast nicht mehr hoch. Er ist aber natürlich schon weit in den 70ern und dementsprechend logischerweise nicht annähernd so gut, wie er mal war. Ich persönlich habe eine recht gute Bilanz gegen ihn, weil er kein Ballonspiel mag. Mit seinen Banat-ähnlichen Schlägen. Aber das war natürlich noch in den Zeiten, als ich noch laufen konnte. Ob ich heute schnell genug bin, gegen ihn Ballon zu spielen, weiß ich nicht. So, und jetzt haben wir die typische Phase, die der Anselm leider öfter mal hat. Die will ich jetzt gar nicht ausführen. Er weiß dasselbe. Spielt souverän, spielt überlegen. Kurz vor dem Sieg, dann klappt nicht mehr allzu viel. Hoffentlich kippt das jetzt. Hoffentlich kann er sich da wieder vom Kopf her locker machen und befreien und das gar durchziehen. Denn eigentlich hat er das Match in dir. Sehr schön, sehr schön. Das könnte, eventuell, na, der Match bei war das glaube ich noch nicht. Schauen wir mal. Aber zumindest ein zweiter Satz für ihn. Es geht also weiter hier. Und die Fortsetzung dann auf YouTube. Da gibt es eine eigene Playlist dann unter dem Suchwort Zweiermannschaftsturnier Bad Winsheim. Oder einfach Bad Winsheim 2008, der müsste gelingen. Wenn ihr sucht, Reinhard Steinbrücher, Bad Winsheim, Tischtennis 2018. Und vielleicht noch das Wort Playlist, dann seid ihr da, wo all diese Videos zu sehen sind.